Ich hatte wirklich Glück in der Oberstufe. Ich lernte ein Mädchen namens Sadie kennen und wir machten alles zusammen. Ich hatte bisher nie wirklich eine gute Freundin gehabt, deshalb konnte ich es nicht glauben, als wir uns trafen und es einfach klickte. Die Leute machten sogar Witze darüber, dass wir lesbisch seien, aber unsere Freundschaft war nicht so. Es passte einfach. Endlich fühlte ich mich verstanden und ich fragte mich, wo sie mein ganzes Leben lang gewesen war. Als es an der Zeit war, sich für eine Universität zu bewerben, bewarben wir uns natürlich an derselben Uni und sogar für dasselbe Hauptfach. Es war irgendwie komisch. Als ich Sadie zum ersten Mal traf, dachte sie, Biochemie sei das langweiligste Fach der Welt. Aber sobald ich ihr sagte, dass es das war, was ich studieren wollte, änderte sie schnell ihre Meinung und bewarb sich auch. Wir wollten nicht getrennt sein, nicht mal für eine Sekunde. Im ersten Jahr an der Uni arbeiteten wir an einem Projekt und Sadie und ich waren in einem Team mit einem echt süßen Typ. Er ist Jordan und ziemlich bald waren wir drei wie die drei Musketiere. Wir fingen an, oft zusammen abzuhängen und eines Abends waren wir in der Bibliothek und lernten und ich konnte nicht aufhören, Jordan anzuschauen. Jedes Mal, wenn ich aufblickte, schaute er mich an. Plötzlich fühlte ich mich zu ihm hingezogen und es war klar, dass zwischen uns eine starke Chemie war. Noch am selben Abend schickte er mir eine Nachricht, in der er mir sagte, dass er mich mag. Und ich war so glücklich. Nach dem Abend trafen Jordan und ich uns noch öfter. Wenn wir drei zusammen waren, saß Jordan immer neben mir und hielt sogar meine Hand unter dem Tisch. Klar, wir wurden ein Paar und jeder wusste es. Sogar Sadie. Aber sie fing an, sich komisch zu verhalten. Sie schien immer einen Grund zu finden, sich zwischen mich und Jordan zu stellen. Einmal sollte sie eigentlich auf ihren Neffen aufpassen. Aber als sie erfuhr, dass Jordan und ich im Labor arbeiteten, sagte sie ihrer Schwester, sie sei krank und könne nicht babysitten. Und dann blieb sie einfach bei uns. Das war irgendwie unangenehm. Weil wir nie Zeit für uns alleine hatten. Selbst im Kino tauchte Sadie immer auf. Eines Abends sahen wir uns einen Horrorfilm an und sie war so ängstlich, dass sie fragte, ob sie sich zwischen uns setzen dürfe. Ehrlich gesagt fing sie an, mich zu nerven. Ich versuchte, mit ihr zu reden, aber sie machte nur Witze und wechselte das Thema. Dann wurde es richtig komisch, als wir ein Wochenende zum Campen fuhren. Jordan und ich hatten das schon ewig geplant. Ein romantisches Wochenende. Wir beschlossen, sein Motorrad zu nehmen und sagten Sadie im Witz, dass das Motorrad nicht drei Personen mitnehmen könne. Aber ihr werdet es nicht glauben. Als wir zum Campingplatz kamen, war sie dort. Sie hatte Unmengen bezahlt und ein Taxi dorthin genommen. Toll. Und jetzt hatten wir das ganze Wochenende ein drittes Rad. Versteht mich nicht falsch, Sadie war meine beste Freundin und sie war mir genauso wichtig wie Jordan. Aber manchmal möchte man einfach nur Zeit alleine mit seinem Freund haben. Auf dieser Reise hatte ich meine Polaroid-Kamera dabei. Jordan und ich machten zusammen ein Foto und ich küsste ihn auf die Wange. Aber in dem Moment, als er den Auslöser drückte, sprang Sadie ran und küsste ihn auf die andere Wange. Sie lachte laut und tat so, als wäre es nur ein Scherz. Aber ich fand das wirklich seltsam. Dann passierte etwas noch seltsameres. Ich ging eines Nachts in ihr Zimmer, um mir ein Buch zu leihen. Ihre Tür war offen, also ging ich einfach rein. Und ich sah sie dort sitzen und das Foto zerschneiden. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Sie war eindeutig in Jordan verliebt und wollte sich zwischen uns drängen. Deshalb tauchte sie immer wieder auf, um den Moment zu ruinieren und küsste ihn auf die Wange. Aber am meisten tat mir weh, dass sie mich aus dem Foto schneiden wollte. Ich war so nett zu ihr gewesen, wie eine Schwester, und wollte nie, dass sie sich ausgeschlossen fühlt. Aber die ganze Zeit wollte sie mich loswerden. An dem Tag hatten wir einen riesigen Streit. Und ich sagte ihr, ich könne nicht glauben, dass sie meine Beziehung zu Jordan so ruinieren wolle. Sie stand einfach weinend da und sagte, es hätte ihr Leid. Und sie konnte nichts für ihre Gefühle. Danach ist sie einfach verschwunden. Ich fühlte mich schuldig. Ich war so wütend auf sie. Aber warum musste sie deswegen die Uni schmeißen? Wenn ich nur etwas ruhiger gewesen wäre, wären wir vielleicht noch Freunde. Jordan und ich blieben zusammen, was sehr geholfen hat. Zumindest hatte ich ihn noch. In meinem dritten Studienjahr gewann ich einen Preis für meine erfolgreiche Forschung an einer biochemischen Verbindung und ich durfte in Krankenhäusern Vorträge halten. Einmal war ich in einem Krankenhaus in San Francisco und traf einen Typen namens David. Er saß in der ersten Reihe und ich sah, dass er sich sehr auf meinen Vortrag konzentrierte. Als ich fertig war, kam er auf mich zu und stellte mir einige Fragen. Er war echt charmant und es war ein tolles Gefühl, jemanden zu treffen, der wirklich Interesse an meiner Forschung hatte. Nachdem wir geplaudert hatten, gab er mir seine Nummer und ging dann. Ich weiß nicht wieso, aber ich konnte nicht aufhören, an ihn zu denken. Natürlich habe ich Jordan nichts von ihm erzählt, aber schon bald redeten David und ich ständig miteinander. Wir hatten so viel gemeinsam. Und er schien mich besser zu verstehen als Jordan. Nachdem ich einen Monat lang jeden Tag mit David gesprochen hatte, machte ich mit Jordans Schluss. Es war ihm gegenüber nicht fair und ich wusste, dass ich tief in mir einfach nur mit David zusammen sein wollte. Eines Tages waren David und ich spazieren und wir trafen auf Jordan. Plötzlich schlug Jordan David mitten ins Gesicht und während die beiden sich stritten, fiel Davids Portemonnaie aus seiner Tasche und sofort sah ich etwas Vertrautes. Es war das Polaroid-Foto und dann sah ich genauer hin und erkannte, dass es ein Foto von mir und Sadie war. Ich war nicht rausgeschnitten worden, Jordan war es. Es sah so aus, als ob Sadie und ich uns auf dem Foto küssten. Aber warum hatte David das in seiner Brieftasche? Ich zeigte es Jordan und wir waren beide total verwirrt. Und da brach David zusammen und erzählte uns alles. David ist Sadie. Sie hatte eine Operation, um ihr Geschlecht und ihr Aussehen zu ändern, weil sie so sehr an mich verliebt war und einfach einen Weg finden wollte, wie wir zusammen sein können. Ich war so schockiert. Ich meine, ich liebe David, aber ich hatte noch nie daran gedacht, mit einem Trans-Man zusammen zu sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich mich weiter mit David treffen? Selbst nachdem er mich angelogen hat? Ich weiß nicht, was ich bin.